Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zu Allerseelen. Mit Allerseelen gibt es ein Seelenzauber, ein Seelengeschenk auf eine Blockade, auf etwas, was dich blockiert hat, wird mit Totensonntag, Samhain, Halloween, wie ihr es auch immer nennen möchtet, von einem genommen. Ja, es ist etwas Wunderwunderschönes und ich finde definitiv einen Blick wert. Diesen Blick werde ich in die Kanalmitgliedschaft lenken, weil da die Gruppe einfach kleiner ist, das heißt, da kann ich mehr spezifische Energie empfangen. Ich werde euch aber die Blockade, die wir eingefangen haben, unter dieses Video stellen und jeder, der sich damit auch identifiziert, kann sich dann das Video entsprechend in der Infobox aneignen. Also, wer mag, bis dann und alle Kanalmitglieder sowieso. Bis gleich. So.